Auf dem Markt Ja, noch Gemüse. Ich brauche rote Paprika und Zucchini. Wie viel möchten Sie denn? Ich möchte zwei Paprikas und eine Zucchini, bitte. Johannes, gib dem Mann bitte das Gemüse. Ist das dann alles? Ja, vielen Dank. Möchten Sie auch eine Tüte? Oh ja, bitte. Das macht dann zusammen 11,50 Euro. Was gibt es denn zum Essen? Ich möchte Ratatouille kochen. Ah, schön. So, Sie bekommen noch 3,50 Euro zurück. Bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mal sehen. Ich brauche noch Schinken, eine Flasche Wein, einen Karton Milch und zwei Dosen Tomaten. Aber jetzt treffe ich mich erst mit Ivona. Sie wartet sicher schon auf mich. Auf dem Markt Na, junger Mann, was darf's denn sein? Ich möchte Obst kaufen. Ich möchte Obst kaufen. Was kosten die Pfirsiche? Die Pfirsiche? Ein Kilo kostet 2,60 Euro. Okay. Dann bitte vier Pfirsiche und noch Weintrauben bitte. Ein halbes Kilo. Aber gern. Noch etwas? Ja, noch Gemüse. Ich brauche rote Paprika und Zucchini. Wie viel möchten Sie denn? Ich möchte zwei Paprikas und eine Zucchini, bitte. Johannes, gib dem Mann bitte das Gemüse. Ist das dann alles? Ja, vielen Dank. Möchten Sie auch eine Tüte? Oh ja, bitte. Das macht dann zusammen 11,50 Euro. Was gibt es denn zum Essen? Ich möchte Ratatouille kochen. Ah, schön. So, Sie bekommen noch 3,50 Euro zurück. Bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Mal sehen. Ich brauche noch Schinken, eine Flasche Wein, einen Karton Milch und zwei Dosen Tomaten. Aber jetzt treffe ich mich erst mit Ivona. Sie wartet sicher schon auf mich. Lesen 7, Exercise 3 Listen to the special offers on the CD. Now write the right prices of the food items. Verehrte Kunden. Heute für Sie im Sonderangebot Kartoffeln 1 Kilo nur 80 Cent. Außerdem für Sie frisches Obst. Birnen nur 1,50 Euro das Kilo. Im Kühlfach finden Sie Schinken. Die Packung für nur 1,99 Euro. Und als besonderes Angebot Wein aus Frankreich. Eine Flasche nur 3 Euro. Für mich einen Kuchen. Ivona und Pierre sitzen in einem Café. Guten Tag. Was hätten Sie denn gerne? Guten Tag. Für mich eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen, bitte. Und für Sie? Ich hätte gerne einen Milchkaffee und ein Stück Schokoladentorte. Könnte ich bitte auch etwas Schlagsahne bekommen? Ja, natürlich. Kommst du jetzt vom Markt? Ja. Und der Markt ist toll. Viel besser als ein Supermarkt. Es gibt sogar einen Stand mit französischen Spezialitäten. Das muss ich meiner Mutter erzählen. Etwas später. Und, wie ist deine Torte? Sehr lecker. Möchtest du sie probieren? Gern. Oh ja, sehr lecker. Hier, probier auch von meinem Kuchen. Danke. Mh, schmeckt mir sehr. Noch etwas später. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, danke. Aber könnten wir bitte die Rechnung bekommen? Ja, sehr gern. Wie ist das in Deutschland? Geben wir dem Kellner auch Trinkgeld? Ja, etwas Trinkgeld ist üblich. Und dann müssen wir gehen. Jens und Martina warten sicher schon. Jens und Martina? Treffen wir uns nicht morgen? Nein, Pierre. Wir treffen uns heute. Für mich einen Kuchen. Ivonna und Pierre sitzen in einem Café. Guten Tag. Was hätten Sie denn gerne? Guten Tag. Für mich eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen, bitte. Und für Sie? Ich hätte gerne einen Milchkaffee und ein Stück Schokoladentorte. Könnte ich bitte auch etwas Schlagsahne bekommen? Ja, natürlich. Kommst du jetzt vom Markt? Ja. Und der Markt ist toll. Viel besser als ein Supermarkt. Es gibt sogar einen Stand mit französischen Spezialitäten. Das muss ich meiner Mutter erzählen. Etwas später. Und? Wie ist deine Torte? Sehr lecker. Möchtest du sie probieren? Gern. Oh ja. Sehr lecker. Hier. Probier auch von meinem Kuchen. Danke. Hm. Schmeckt mir sehr. Noch etwas später. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, danke. Aber könnten wir bitte die Rechnung bekommen? Ja. Sehr gern. Wie ist das in Deutschland? Geben wir dem Kellner auch Trinkgeld? Ja. Etwas Trinkgeld ist üblich. Und dann müssen wir gehen. Jens und Martina warten sicher schon. Jens und Martina? Treffen wir uns nicht morgen? Nein, Pierre. Wir treffen uns heute. Lessen 8, Exercise 2. Martina und Jens sind in einem Restaurant. Lassen Sie den kurzen Dialog auf dem CD. Und marken Sie, wer was was beherrscht. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Guten Tag. Ich hätte gerne den Fisch und dazu Kartoffeln. Für mich bitte das Schnitzel mit Pommes. Ja, natürlich. Was möchten Sie trinken? Ich hätte gerne ein Bier. Und ich möchte bitte ein Wasser. Sehr gerne. Möchten Sie noch etwas? Nein, danke. Aber bringen Sie uns bitte die Rechnung. Lessen 9. Leisure time in a city. Berliner Sehenswürdigkeiten. Ivona, Martina, Pierre und Jens treffen sich am Brandenburger Tor. Hallo, Ivona. Hi, Pierre. Wie geht's euch? Gut, danke. Hi. Was unternehmen wir denn heute? Wart ihr schon auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz? Nein. Aber können wir nicht lieber einen Spaziergang durch die Stadt machen? Das Wetter ist heute nicht so gut. Am besten finde ich ein Museum. Ja. Und das ist sicher interessanter als ein Spaziergang. Okay. Aber welches Museum? Auf der Museumsinsel sind einige Museen. Martina, die Museen dort machen alle schon um 18 Uhr zu. Es ist halb vier. Das ist zu wenig Zeit. Aber kennt ihr schon das Mauermuseum? Das ist länger offen. Nein. Was gibt es da zu sehen? Alles rund um die Berliner Mauer. Wir gehen dann am Abend noch auf den Fernsehturm und sehen Berlin bei Nacht. Ja. Das hört sich toll an. Das machen wir. Die vier kommen am Mauermuseum an. Bitte vier Eintrittskarten. Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Ja. Wie viele Studentenkarten möchten Sie? Eine Karte für einen Studenten und drei normale, bitte. Darf ich bitte Ihren Studentenausweis sehen? Danke. Das macht dann zusammen 47 Euro. Berliner Sehenswürdigkeiten Ivona, Martina, Pierre und Jens treffen sich am Brandenburger Tor. Hallo, Ivona. Hi, Pierre. Wie geht's euch? Gut. Danke. Hi. Was unternehmen wir denn heute? Wart ihr schon auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz? Nein. Aber können wir nicht lieber einen Spaziergang durch die Stadt machen? Das Wetter ist heute nicht so gut. Am besten finde ich ein Museum. Ja. Und das ist sicher interessanter als ein Spaziergang. Okay. Aber welches Museum? Auf der Museumsinsel sind einige Museen. Martina, die Museen dort machen alle schon um 18 Uhr zu. Es ist halb vier. Das ist zu wenig Zeit. Aber kennt ihr schon das Mauermuseum? Das ist länger offen. Nein. Was gibt es da zu sehen? Alles rund um die Berliner Mauer. Wir gehen dann am Abend noch auf den Fernsehturm und sehen Berlin bei Nacht. Ja. Das hört sich toll an. Das machen wir. Die vier kommen am Mauermuseum an. Bitte vier Eintrittskarten. Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Ja. Wie viele Studentenkarten möchten Sie? Eine Karte für einen Studenten und drei normale, bitte. Darf ich bitte Ihren Studentenausweis sehen? Danke. Das macht dann zusammen 47 Euro. Wir treffen uns um halb vier. 2 Das Museum schließt um 18.30 Uhr. 3 Es ist Viertel nach elf. 4 Mein Deutschkurs beginnt um 2. 5 Martina wartet seit Viertel vor neun. 6 Es ist 9.45 Uhr. 7 Um 19.15 Uhr gehe ich auf den Fernsehturm. 5 10 Sport und Hobbys. 10 Sport in Berlin. 10 Martina und Martina gehen nach dem Deutschkurs ein Stück zusammen. 7 Martina. Ich will wieder mehr Sport machen. 8 Kannst du mir ein paar Tipps geben? 14 Ja, klar. 17 Was machst du denn gerne? Bennett Am liebsten spiele ich Volleyball. Aber ich gehe auch gern joggen. Wo kann ich das gut machen? Ich laufe nicht gern an der Straße. Ja, das kann ich verstehen. Du könntest zum Beispiel im Tiergarten laufen. Es gibt auch tolle Laufstrecken außerhalb des Stadtzentrums. Da musst du aber erst hinfahren. Ich stehe gerne früh auf und gehe joggen. Danach will ich in Ruhe duschen und frühstücken. Ich habe keine Zeit, noch weit zu fahren. Aber wie ist das mit Volleyball? Das weiß ich nicht. Aber du solltest mal im Internet suchen. Am besten such nach einem Sportverein. Vielleicht auch bei der Volkshochschule oder an der Uni. Ja, das mache ich. Danke. Welchen Sport machst du denn gerne? Ich fahre viel Rad in der Stadt. Sonst mache ich keinen Sport. Am Wochenende machen wir manchmal eine Radtour. Wir nehmen dich auch gerne einmal mit. Super. Aber ich habe kein Fahrrad. Das ist kein Problem. Du leihst einfach ein Fahrrad aus. Super. Aber ich habe kein Fahrrad. Sport und Hobbys Sport in Berlin Ivona und Martina gehen nach dem Deutschkurs ein Stück zusammen. Ja, das kann ich verstehen. Du könntest zum Beispiel im Tiergarten laufen. Es gibt auch tolle Laufstrecken außerhalb des Stadtzentrums. Da musst du aber erst hinfahren. Ich stehe gerne früh auf und gehe joggen. Danach will ich in Ruhe duschen und frühstücken. Ich habe keine Zeit, noch weit zu fahren. Aber wie ist das mit Volleyball? Das weiß ich nicht. Aber du solltest mal im Internet suchen. Am besten such nach einem Sportverein, vielleicht auch bei der Volkshochschule oder an der Uni. Ja, das mache ich. Danke. Welchen Sport machst du denn gerne? Ich fahre viel Rad in der Stadt. Sonst mache ich keinen Sport. Am Wochenende machen wir manchmal eine Radtour. Wir nehmen dich auch gerne einmal mit. Super! Aber ich habe kein Fahrrad. Das ist kein Problem. Du leihst einfach ein Fahrrad aus. Pierre Am Morgen frühstücke ich nicht. Ich trinke nur einen Kaffee. Dann gehe ich in die Arbeit. Zum Mittag esse ich in der Firma. Nach der Arbeit besuche ich einen Deutschkurs oder treffe mich mit Freunden. Martina Ich muss früh aufstehen. Aber ich mag das nicht. Dann frühstücke ich. Meistens Obst oder Müsli. Ich mache Deutschkurse und komme oft erst am Abend nach Hause. Oft sehe ich dann noch fern. Ich stehe gern früh auf und gehe dann joggen. Ich komme oft schon am Nachmittag nach Hause. Dann gehe ich in die Stadt und kaufe ein. Oder treffe mich mit Freunden. Am Abend lese ich gern und gehe früh ins Bett. Jens' Geburtstagsparty Yvonne und Pierre stehen vor der Wohnung von Martina und Jens und klingeln an der Tür. Hallo Yvonne, hi Pierre. Kommt herein. Hier könnt ihr eure Jacken aufhängen. Hallo Jens. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Und vielen Dank für die Einladung. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Hier, bitte. Mensch, vielen Dank. Und willkommen in unserer Wohnung. Martina ist noch in der Küche. Die anderen Gäste sind im Wohnzimmer. Es sind erst zwei da. Ich stelle euch kurz vor. Das ist Katrin, Martinas Schwester und ihr Freund Andreas. Und das hier sind Yvonne und Pierre. Sie sind aus Martinas Kurs. Und Pierre ist auch ein Kollege von mir. Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Hallo. Hi. Freut mich. Hallo. Sehr angenehm. Da hinten auf dem Tisch sind Getränke. Bedient euch einfach. Einige Zeit später. Du kannst echt gut Deutsch. Sprichst du in der Arbeit auch Deutsch? Nicht viel. Wir sprechen dort fast nur Englisch. Wir haben viele internationale Kollegen und Kunden. Das ist alles echt interessant. Komm uns doch mal in Potsdam besuchen. Dann reden wir und besichtigen die Stadt. Lassen 11 Forming new friendships Jens' Geburtstagsparty Yvonne und Pierre stehen vor der Wohnung von Martina und Jens und klingeln an der Tür. Hallo Yvonne, hi Pierre. Kommt herein. Hier könnt ihr eure Jacken aufhängen. Hallo Jens. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, alles Gute zum Geburtstag und vielen Dank für die Einladung. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Hier, bitte. Mensch, vielen Dank und willkommen in unserer Wohnung. Martina ist noch in der Küche. Die anderen Gäste sind im Wohnzimmer. Es sind erst zwei da. Ich stelle euch kurz vor. Das ist Katrin, Martinas Schwester und ihr Freund Andreas. Und das hier sind Yvonne und Pierre. Sie sind aus Martinas Kurs. Und Pierre ist auch ein Kollege von mir. Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Hallo. Hi. Freut mich. Hallo. Sehr angenehm. Da hinten auf dem Tisch sind Getränke. Bedient euch einfach. Einige Zeit später. Du kannst echt gut Deutsch. Sprichst du in der Arbeit auch Deutsch? Nicht viel. Wir sprechen dort fast nur Englisch. Wir haben viele internationale Kollegen und Kunden. Das ist alles echt interessant. Komm uns doch mal in Potsdam besuchen. Dann reden wir und besichtigen die Stadt. Hallo Jens. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Danke sehr. Hier. Ich habe ein Geschenk für dich. 2. Hi Katrin. Hallo Andreas. Herzlich willkommen. Hi Jens. Danke für die Einladung. Gern. Kommt doch herein. 3. Martina. Das ist Paul. Ein Kollege von mir. Paul. Das ist Martina. Meine Freundin. Hallo Martina. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch, Paul. 4. Wo sind denn die Getränke? Da. Auf dem Tisch. Essen kannst du in der Küche holen. Danke. 5. Hi. Wie geht's dir? Gut. Danke. Du bist aus Martinas Deutschkurs, ja? Aufräumen nach der Party Die Party ist zu Ende und die meisten Gäste sind weg. Nur Yvonne und Pierre sind noch da. Die Party war toll. Wir hatten wirklich viel Spaß. Und ihr wollt uns jetzt sicher beim Aufräumen helfen? Klar. Das ist ja nicht viel Arbeit. Was sollen wir denn machen? Pierre, auf der Kommode im Wohnzimmer stehen noch saubere Gläser. Kannst du diese Gläser bitte ins Regal stellen? Ja, mach ich. Und trägst du bitte das dreckige Geschirr in die Küche, Yvonne? Stell die Sachen dort einfach auf den Tisch. Und was darf ich machen? Das darfst du dir aussuchen. Abspülen oder kehren. Kehren mag ich nicht. Ich spüle lieber ab. Wir brauchen dringend einen Geschirrspüler. Das ist gut. Kehren ist in Ordnung. Aber ich spüle nicht gern ab. Bringst du dann später Yvonne und Pierre zur Tür? Und nimmst du den Müll mit? Naja. Oh nein. Was ist los? Entschuldigung. Zwei Weingläser sind kaputt. Das tut mir leid. Das macht nichts. Die Gläser waren nicht teuer. Ich mache gleich die Scherben weg. Die Party ist zu Ende und die meisten Gäste sind weg. Nur Yvonne und Pierre sind noch da. Die Party war toll. Wir hatten wirklich viel Spaß. Und ihr wollt uns sicher jetzt beim Aufräumen helfen? Und was darf ich machen? Klar. Das ist ja nicht viel Arbeit. Was sollen wir denn machen? Pierre, auf der Kommode im Wohnzimmer stehen noch saubere Gläser. Kannst du diese Gläser bitte ins Regal stellen? Und trägst du bitte das dreckige Geschirr in die Küche, Yvonne? Stell die Sachen dort einfach auf den Tisch. Und was darf ich machen? Das darfst du dir aussuchen. Abspülen oder kehren? Kehren mag ich nicht. Ich spüle lieber ab. Wir brauchen dringend einen Geschirrspüler. Das ist gut. Kehren ist in Ordnung. Aber ich spüle nicht gern ab. Bringst du dann später Yvonne und Pierre zur Tür? Und nimmst du den Müll mit? Na ja. Oh nein. Was ist los? Entschuldigung. Zwei Weingläser sind kaputt. Das tut mir leid. Das macht nichts. Die Gläser waren nicht teuer. Ich mache gleich die Scherben weg. Listen to the dialogue on the CD. Yvonne and Pierre are talking about chores. If you hear a chore, decide who does it and if she or he likes it or not and fill it in the table. Pierre, räumst du gerne auf? Nein. Na, das ist in Ordnung. Ich spüle dafür nicht gerne ab. Ja, ich spüle auch nicht gern ab. In Frankreich habe ich einen Geschirrspüler. Das ist gut. Ich mag Staubsaugen und Wäsche waschen. Aber ich bügle nicht gern. Das mag ich auch alles nicht. Aber Pierre, du magst ja keine Hausarbeit. Stimmt. Oh, äh, doch. Ich bringe gern den Müll weg. Ein Fernsehabend Von der Party ist noch Essen übrig. Martina und Jens laden Yvonne und Pierre noch einmal ein. Das Essen war sehr lecker. Danke. Kein Problem. Ihr wolltet gestern auf der Party ja nicht alles essen. Also war noch viel Essen übrig. Ich wollte ja. Aber ich konnte nicht noch mehr essen. Du kochst fantastisch. Danke. Sehen wir uns vielleicht noch einen Film an. Habt ihr Lust? Ja. Was kommt denn heute Abend im Fernsehen? Moment. Ich hole die Fernsehzeitschrift. Also, es gibt eine Komödie auf einem Privatsender, eine Quiz-Sendung. Oh, im ersten kommt ein Tatort. Was ist Tatort? Das ist eine Krimiserie. Normalerweise kommt jeden Sonntag ein Fall aus einem anderen Bundesland. Wo spielt der denn heute? So ein Zufall. Heute ermitteln die Kommissare aus Berlin. Das hört sich gut an. Was meinst du, Yvonne? Ja, gerne. Gut. Ihr könnt euch schon auf das Sofa setzen. Trinken wir einen Wein? Natürlich. Rot oder weiß? Rotwein, bitte. Ja, für mich auch. Ein Fernsehabend Von der Party ist noch Essen übrig. Martina und Jens laden Yvonne und Pierre noch einmal ein. Das Essen war sehr lecker. Danke. Kein Problem. Ihr wolltet gestern auf der Party ja nicht alles essen. Also war noch viel Essen übrig. Ich wollte ja, aber ich konnte nicht noch mehr essen. Du kochst fantastisch. Danke. Sehen wir uns vielleicht noch einen Film an? Habt ihr Lust? Ja. Was kommt denn heute Abend im Fernsehen? Moment. Ich hole die Fernsehzeitschrift. Also, es gibt eine Komödie auf einem Privatsender. Eine Quiz-Sendung? Oh, im Ersten kommt ein Tatort. Was ist Tatort? Das ist eine Krimiserie. Normalerweise kommt jeden Sonntag ein Fall aus einem anderen Bundesland. Wo spielt er denn heute? So ein Zufall. Heute ermitteln die Kommissare aus Berlin. Das hört sich gut an. Was meinst du, Ivona? Ja, gerne. Gut. Ihr könnt euch schon auf das Sofa setzen. Trinken wir einen Wein? Natürlich. Rot oder weiß? Rotwein, bitte. Ja, für mich auch. Gehen wir ins Kino? Ich will lieber zu Hause bleiben und einen Film im Fernsehen oder auf DVD sehen. Was kommt denn heute Abend? Also, im Fernsehen kommt Insomnia, ein Thriller mit Al Pacino. Nein, ich habe keine Lust auf einen Thriller. Kommt vielleicht eine Komödie? Das weiß ich nicht. Ich muss erst die Fernsehzeitschrift holen. Nein, heute kommt keine Komödie. Wollen wir vielleicht eine DVD ausleihen? Ja, das können wir machen. Dann suche ich einen Film im Internet aus. Okay? Rush Hour 3. Was meinst du? Das ist gut. Dann hole ich den Film. Hast du Lust auf einen Film? Ja. Nein, ich will lieber lesen. Two. Wo spielt der Tatort? Heute spielt er in Hamburg. Three. Um wie viel Uhr kommen die Nachrichten? Um 19 Uhr. Was kommt heute Abend im Fernsehen? Heute Abend gibt es einen Actionfilm. Deutsch in 30 Tagen German in 30 Days Langenscheid Verlag München Copyright 2011 Welcome to our new language course. German in 30 Days We're glad you want to learn German with us. Before we move straight to the content, let's take a look first at a few brief notes that will allow you to make proper use of the CDs. You can listen to any dialogue or exercise from every single lesson. They're all recorded on two CDs. For a start, to make things a bit easier for you, dialogues from lessons 2 to 13 are recorded additionally at a slower rate. So don't get disheartened if you can't understand a dialogue at the first attempt. Just listen to the slower version. If you come across a dialogue you can't entirely understand after hearing it for the first time, Have another try with it. You'll notice that everything becomes much clearer with each try. What's more, the appendix of your book provides the key to the exercises as well as dialogue scripts. Before starting any exercise, read the instructions in the book first. Then you'll hear again what you've got to do. If a particular exercise requires that you repeat something or give an answer to a question, you'll hear a long pause that should give you enough time to do so. After that pause, you'll be able to hear the correct version spoken by a German native speaker. The author of this book, together with Langenscheidt's editorial staff, wish you a lot of fun and success with learning German. Lesson 2 Greetings Erste Stunde im Deutschkurs Die meisten Lerner sind schon da. Ivona kommt zur Tür herein. Guten Tag. Ist hier der Deutschkurs? Ja, genau. Dort vorne ist noch ein Platz frei. Danke. Hallo. Herzlich willkommen. Wir sagen du und benutzen den Vornamen. Ist das okay? Die Lerner nicken zustimmend. Ja, super. Wir stellen uns jetzt vor. Das ist nicht schwer. Ihr sagt einfach euren Vornamen, wie alt ihr seid und aus welchem Land ihr kommt. Ich beginne. Mein Name ist Martina. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Machst du bitte weiter? Ich? Okay. Hi. Ich bin Brian und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin aus Australien. Hallo. Mein Name ist Susan. Ich bin 23 Jahre alt und aus England. Hallo. Ich heiße Pierre. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Frankreich. Hallo. Mein Name ist Ivona. Ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Polen. Ich heiße Joko. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Japan. Die restlichen Lerner stellen sich der Reihe nach vor. Vielen Dank. Das war echt gut. Ich habe schon getan. Lesson 2 Greetings Erste Stunde im Deutschkurs Die meisten Lerner sind schon da. Ivona kommt zur Tür herein. Guten Tag. Ist hier der Deutschkurs? Ja, genau. Dort vorne ist noch ein Platz frei. Danke. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Wir sagen du und benutzen den Vornamen. Ist das okay? Die Lerner nicken zustimmend. Ja, super. Wir stellen uns jetzt vor. Das ist nicht schwer. Ihr sagt einfach euren Vornamen, wie alt ihr seid und aus welchem Land ihr kommt. Ich beginne. Mein Name ist Martina. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Machst du bitte weiter? Ich? Okay. Hi, ich bin Brian und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin aus Australien. Hallo, mein Name ist Susan. Ich bin 23 Jahre alt und aus England. Salut! Ich heiße Pierre. Ich bin 24. Ich komme aus Frankreich. Hallo, mein Name ist Ivona. Ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Polen. Ich heiße Yoko. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Japan. Die restlichen Lerner stellen sich der Reihe nach vor. Vielen Dank. Das war echt gut. Vielen Dank. Ich bin 21 Jahre alt. Lesson 2. Exercise 4. Where are your fellow students from? Listen to the CD and complete the sentences. 1. Guten Tag. Ich bin Paul. Ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus Schottland. 2. Hallo. Mein Name ist Mary. Ich bin aus Australien. Ich bin 24. 3. Guten Morgen. Mein Name ist Lucy und ich komme aus den USA. 4. Hi. Mein Name ist George. Ich bin 21 und aus England. Vor dem Sprachkurs. Vor der Sprachschule treffen sich Pierre und Ivona vor ihrer zweiten Unterrichtsstunde. Hallo, Ivona. Wie geht es dir? Gut, danke. Du bist Pierre aus Frankreich, ja? Ja. Ich komme aus Rennes. Das liegt in der Bretagne. Entschuldigung. Woher kommst du? Ich bin aus Polen, aus Zschäschow. Das ist in der Nähe von Krakau. Bist du schon lange in Deutschland? Nein. Erst seit einem Monat. Und du? Arbeitest du hier? Ja. Ich habe einen neuen Job hier in Berlin. Ich bin aber erst seit zwei Wochen hier. Und was machst du? Ich arbeite in einer Consulting-Firma. Und du? Ich studiere Maschinenbau. Ich bin fast fertig und mache jetzt ein Praktikum in einer deutschen Firma. Martina und Jens kommen dazu. Hallo, Ivona. Hallo, Pierre. Darf ich euch meinen Freund Jens vorstellen? Freut mich. Was? Jens, Martina ist deine Freundin? Woher kennt ihr euch denn? Hi, ihr beiden. Pierre und ich arbeiten in der gleichen Firma. Das ist ja toll. Oh, die anderen kommen schon. Der Unterricht beginnt gleich. Gehen wir hinein? Gut. Dann viel Spaß. Bis später. Vor dem Sprachkurs Vor dem Sprachkurs treffen sich Pierre und Ivona vor ihrer zweiten Unterrichtsstunde. Hallo, Ivona. Wie geht es dir? Gut. Danke. Du bist Pierre aus Frankreich, ja? Ja. Ich komme aus Rennes. Das liegt in der Bretagne. Entschuldigung. Woher kommst du? Ich bin aus Polen. Ich bin aus Polen. Aus Zschäschow. Das ist in der Nähe von Krakau. Bist du schon lange in Deutschland? Nein. Erst seit einem Monat. Und du? Arbeitest du hier? Ja. Ich habe einen neuen Job hier in Berlin. Ich bin aber erst seit zwei Wochen hier. Und was machst du? Ich arbeite in einer Consulting-Firma. Und du? Ich studiere Maschinenbau. Und du? Und du? ich bin aus Polen. Untertitelung des ZDF, 2020